Willkommen zurück in dem Computerraum und hier liegt keine Hand rum. Es war nur ein Missverständnis oder falsche Erinnerungen oder sowas. Und den Code für die Tür krieg ich anscheinend später noch. Äh, also den Code von der Tür muss ich irgendwie später noch herausfinden. Also muss ich hier nochmal zurück. Also muss ich zurück in den Gang gehen, wo der Typ ist. Oh, Mann. Ihr wollt mich doch verarschen. Wo bin ich? Da. Gehen wir mal zu 2 und 1. Hm, hm, hm. Ich hab Angst. Sie ist entweder abgesperrt oder verkalt. Egal, ich komm nicht durch. Moment mal. Die Tür öffnet sich nicht und es scheint kein Schloss zu geben. Die Tür trägt die Bezeichnung ID 3061. Ob ich das wohl irgendwie verwenden kann? Ja, ich denke schon. Und ich weiß auch sicher ganz genau, wo. Und da bin ich mir sowas von sicher. Sicher mag Gott schweige. Ich habe nicht so, was ich will. Ich bin mit dem Fallschmein. 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 So. Da bin ich mir sowas von sicher. 3061. Und jetzt speichere ich da nochmal. So. Automatisches Speichern ist kein gutes Zeichen. Absolut nicht Jetzt ist auch die Lampe grün Ähm Hier ist aber auch eine Karte Ach Das ist so eine Tür Oh man Ich hab Angst Was ist hier? Oder auch noch automatische Speichern Oh man Aber ich würde zurückkommen Das wollte ich nur testen Hier ist ein Toilettenraum Zumachen Ich hab Angst Dieses Wüht Wüht Kommt übernäher Oder? Ein WC Alter Noch mehr Fackeln Da ist nichts Da ist nichts Da ist doch Ist das der PC? Erstmal, wenn einem von diesen Dingern nahe kommt, dann lasse ich es los. Nur ein bisschen. Was hat Clemens mit all dem zu tun? Ein robuster Medizinschrank. Abgeschmerzt ist sowas, als würde einigen interessante Sachen werden. Ja, Pain-Killer, also Schmerzmittel. Und keine Ahnung. Ich bin kein Experte, aber auf der Wirbelsäule in Röntgenaufnahme sind einige merkwürdige Punkte. Ernsthaft? Okay. Was ist das hier? Aber der PC will irgendwas von mir. Alter. Erstmal gucken wir da noch einen. Kryotarse Benutzungsrichtlinien Die Kryotarse-Einrichtung ist eine hypermoderne Einrichtung zum kyrotechnischen Einfrieden schwerer verletzter Personen, die am späteren Zeitpunkt wiederbelebt werden könnten. Während des eingefrorenen Zulandes können die eingefrorenen Personen leichte Halluzinationen erleiden. Kann erst bestätigt werden, nachdem der erste Patient erfolgreich aus dem Kälteschlaf aufgeweckt wurde. Okay, es wurde noch keiner aufgeweckt anscheinend. Angemessene Benutzungsrichtlinien Angemessene Benutzungsrichtlinien Folgendes hier in einem Moment für die Verwendung der Kryotarse-Einrichtung Also irgendwie, entweder heißt das Kryotarse oder Kryotarse. Es steht beides hier. Als akzeptabel eingestuft. Ein Aufsehbarer oder Mitglied der höheren Kaste schwer krank verletzt. Ein Mitglied der niederen Archaikomkaste, das über wichtige Informationen verfügte schwer krank verletzt. Patienten, die als nicht ansteckend klassifiziert worden sind, mit außerirdischen Viren oder Bakterien infiziert. Ein verletztes Personal mit den vollenden unheilbaren Krankheiten sollte sich für spätere medizinische Untersuchungen in die Staatskammer begeben. Cardiom... was? Cardiom... Müh... Cardiomyopathie? Grüner Star, Kinderlähmung, Diabetes oder Halitose? Könnt ihr mir ja mal sagen, was das ist. Ich hab davon noch nie gehört. Also von Halitose und Cardiom... Alle Mitglieder der höheren Kaste, die als klinisch tot angesehen werden, sollten für zeremoniäre Zwecke in die Staatskammer verlegt werden. Der Versorgungszeitraum für verstorbene Patienten ist angesichts von Hochschulungsvorteilen für die Gründe, eine Einrichtung mit dem Ziel potenzieller Leverbelebung zu verlängern. Zugriff der Zugang ist nicht medizinischem Personalstrengen untersagt. Momentan kann das Archäikum die Einrichtung nicht rund um die Uhr besetzen. Aus diesem Grund wurden an stark gefällten Patienten höhere Wichtigkeitsstufen, hohe Wichtigkeitsstufen, Herzschlag überwachende Handgelenksbänder ausgegeben. Diese Handgelenksbänder sind niemals abzulegen. Sie gestatten automatisierten Zugriff auf die Einrichtung, falls der Herzschlag des Drehers auf sein kurz bevorstehendes Abwebungen hinlässt. Postscriptum Also PS Angehörige der niederen Kaste sind berechtigt, eine Einverständniserklärung zu unterzeichnen, die in Falle kritischer Verletzungen auf Wunsch zumindest teilweise Kryotate zu gewährt. Ah ja. Was mir das bringt? Keine Ahnung. So. So. Jetzt frage ich mich aber trotzdem, wie ich in diese Bibliothek, wo ich angeblich war, reinkommen, wenn ich die Hand habe. Ich gehe das nicht. Ein geländer Video Chat. Christ, du lacht in der letzten Woche, ich sie gesehen. Dann vielleicht bist du nur auf eine höhere Resolüyorum. Oh, verdreckt. Mach dir so. Ich habe mir nie in der letzten Zeit nach derpełigen Folge. Ich wollte euch nur ein Wort anwesendungen geben. Esos kreepige Artefacts, wir wissen nicht, wie sie funktionieren. Oder sogar, was sie tun, glaube ich. Wir... Ich... Ich habe jemanden gesehen, zu einem zu nahen. Ihr wahrscheinlich nicht mehr wissen. Ich bin sicher, dass du gut bist. Wahrscheinlich. Ich hoffe. By the way, wenn du dich in meiner Nähe des Waldes findest, dann bin ich ein bisschen verletzt. Es ist kein Problem, wirklich. Siehst du? Es einfach rauskriegen. Oh nein! Das ist gar nicht wahr. Sie sind wirklich komplett verletzt. Komm schon! Es ist nur so, dass du dich in einem heißen Blanket befest. Das Versuchstier zeigt, wie erwartet, Anzeichen von Entspannung und Lethargie. Was auch immer Lethargie ist. Chemikai-Lyserksäure-Diethylamid. Ergebnis sehr ähnlich wie bei der Versuchskatzen zeigt der Schimante keinerlei Fähigkeit, das Stimulanzmittel zu verarbeiten. Chemikai-Biskel-Somnus Ergebnis. Nach der Injektion verlangsamt sich der Herzschlag des Versuchstiers, der aus allen Gesichtspunkten nach tot erscheint. In Wirklichkeit hat sich der Herzschlag auf eine unglaubliche Sicherheitsstufe gesenkt. Das Versuchstier erholt sich schon bald danach. Chemikai-Tetrahydro-Cannabionol. Ergebnis dieser Chemikai kann in Maßen bedenkenlos verabreicht werden und hat einen entspannenden Effekt auf das Versuchstier. Ob Langzeitverbrechungen zu mentalen Gesundheitsrisiken führen kann, muss abgewartet werden. Dieser Primat ist völlig erschöpft. Bitte beachten Sie dies als offizielle Anforderung weiterer Versuchstiere vom Festland. Okay. Speichern. Oh weia. Und jetzt hab ich Angst davor weiter zu gehen. Die Tür ist... Was? Ist sicher verschlossen. Weiter gehst du hier nicht? Deine Mindspace ist modelliert als ein Lime. Sieh hier. A ist für Alliteration. B ist für Bohemian. C ist für Carcine... 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 So viele langen Wörter, die Platz in meinem neuen Haus nehmen. Hier. Lass mich ein kleines Spring-Cleaning machen. Da. Ja. Du brauchst nicht die Periodik-Tabelle, oder? Was? Weiß ich jetzt gar nichts mehr über Chemikalien oder wie? Mehrere, etwa 50 Jahre alte medizinische Aufsätze. Einer berichtet über die Entdeckung der spiralförmigen DNA-Struktur im Carvindisch Labor. Ein weiterer Artikel behandelt den durchwachsenen Erfolg des kürzlich entdeckten Impfstoffes gegen Kinderlähmung. Nichts. Hab ich hier noch irgendwas versichert, ne? Alter! Kommen wir zu nah ran und schon? Standteil, hier steht nicht menschliche Probe. Bitte neue Probe einführen und versuchen. Aha. Es ist doch nur eine Hand! Ist ja eine Art medizinischer Scanner. Hm, okay. Nein, das geht nicht. Hm. Da liegt was drauf. Eine... Dann gibt's noch keine Auslage. find's für dich. O Gott! Ja! Na... Das ist doch kein Einleger. Ich kann das hier mit irgendwie verwenden. Die Säge brauche ich bestimmt noch nicht so bald wieder. Ach! Was habe ich jetzt? Oh. Was mache ich jetzt mit dem Handgelenksband? Ähm. Dammit! Und was macht das Handgelenksband jetzt? Ähm. Kann ich da irgendwas gegenwerfen? Ja. Eine Flasche Bisquee Somnus. Und zwar mal Schmerzmittel. Okay. Oh, ich bin mal auf die Idee selber gekommen, um was zu machen. Oh. Deswegen sowas. Simplen. Das ist, denke ich, immer viel zu kompliziert. Ich hätte jetzt gedacht... Sonst meistens gedacht... Ach, da brauchst du ja schon einen Schlüssel für, den du ja später bekommst. Ähm. N. Notizen. Was macht dieses... Der Heschlag ver... Langsam mit sich. Also, das wird... Ich hab ne Idee, aber das prüfe ich beim nächsten Mal nach. Denn hier mach ich einen Cut. Und bis zum nächsten Mal. Ich bin bei meinem Kenny Diana Jones.